Der Herr Bruch vom Wettbewerb ist heute mit dem Ende, möglicherweise, definiert am Wettbewerb an mit Ihren Kollegen. Der Herr Bruch vom Wettbewerb ist heute mit Ihren Kollegen. Der Herr Bruch vom Wettbewerb ist heute mit Ihren Kollegen. Der Herr Bruch vom Wettbewerb ist heute mit Ihren Kollegen. Der Herr Bruch vom Wettbewerb ist heute mit Ihren Kollegen.